Für die jungen Kollegen ist die Intensivmedizin am Anfang sehr komplex. Die Besonderheit hier auf der Kinderintensivstation ist, dass viele Dinge auch einfach nicht planbar sind, Notfälle dazwischen kommen, die nicht so eingeplant waren und damit den Alltag nicht ganz alltäglich machen. Die Medizin im Grünen ist besonders, weil die Teilnehmer endlich einmal raus aus der Klinik sind, weg von der Hektik, das erleben können, was in der Klinik normalerweise nicht gegeben ist.